Sie werden heute Abend eine Oper für Bettler sehen. Weil diese Oper so unfoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Untertitelung des ZDF, 2020 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 in dem man nichts beweisen kann. Jenny Taula, waldgefunden mit nem Messer in der Brust und am Keil geht Mackey Messer, der von allem nichts gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis in dem Ende, Mackey Messer, dem man nichts fragt und der nichts weiß. Und sie mitten durch ihr Gewitzung, deren Namen jeder weiß. In der Zeit pint um dann die Wach auf, du verrotteter Krieg. Mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschenke dein Ewald, du Wicht. Der Herrgott für dich ist der Luft, er zeigt dir's beim jüngsten Gericht. Es muss etwas Neues geschehen. Mein Geschäft ist zu schwierig. Denn mein Geschäft ist es, das menschliche Mitleid zu erwecken. Es gibt einige wenige Dinge, die den Menschen erschüttern. Einige wenige. Aber das Schlimme ist, dass sie mehrmals angewendet bereits nicht bewirken. Denn der Mensch, der Mensch hat die furchtbare Fähigkeit, sich gleichsam nach eigenem Gelieben gefühllos zu machen. So kommt es zum Beispiel, dass ein Mann, der einen anderen Mann mit einem Armstumpf an der Straßenecke stehen sieht, ihm wohl in seinem Schrecken das erste Mal 10 Pennys zu geben bereit ist. Aber das zweite Mal nur mehr 5. Und sieht er, ein drittes Mal übergibt er in Kaltwünsche der Polizei. Ebenso verhält es sich mit den geistigen Hilfsmitteln. Was nützen die schönsten und dringendsten Sprüche, aufgemalt auf die verlockendsten Täfelchen, wenn sie sich so rasch verbrauchen? In der Bibel gibt es etwa 3-4 Sprüche, die das Herz rühren. Wenn man sie verbraucht hat, ist man das Brotlauch. Es muss etwas Neues geschehen. Fizio Menko. Fizio. Man hat mich zu Ihnen geschickt. Ja, das sind Sprüche, das ist ein Kapital. Sie haben wohl eine ganze Bibliothek von solchen Sachen. Das ist schon ganz was anderes. Unser Alter dagegen, wie soll der auf Ideen kommen? So ganz ohne Bildung, wie soll da das Geschäft florieren? Ihr Name? Sehen Sie, ich habe von Jugend an Unglück gehabt, geriet immer tiefer in den Sumpf der Großstadt. Väterliche Fürsorge oder die Wohltäter des traulichen Heims habe ich nie gekannt. Und so sehen Sie mich denn. Nicht wer? Aller Mittel entblößt, eine Beute meiner Triebe. Wie ein Wrack auf hoher See und so weiter und so weiter. Jetzt sagen Sie mir mal die Wrack. In welchem Distrikt sagen Sie dieses Kindergedicht dann auch? Wieso, Herr Pichim? Na, den Vortrag halten Sie doch öffentlich. Ja, sehen Sie, da war gestern so ein kleiner, peinlicher Zwischenfall. Ich stehe da still und unglücklich an der Ecke, rute der Hand, denke an nichts Böses. Ach, richtig? Du bist der Dreckskerl, den Hanni in Zähn gestern erwischt hat. Hm? Du hast es die Frechheit im Distrikt 10 Passanten zu belästigen. Wir haben es von einer Tracht Prügel bewenden lassen, weil wir anlegen konnten, du weißt nicht, wo Gott wohnt. Aber wenn ich noch einmal blicken lasse, dann wird die Säge angewendet. Verstehst du? Bitte, Herr Pichim, bitte. Was soll ich denn machen, Herr Pichim? Ihre Karle haben mich wirklich ganz blau geschlagen und mir dann ihre Geschäftskarte gegeben, wenn ich die Jacke aussiebe und sie denken, sie hätten einen Schellfisch vorgelegt. Mein lieber Freund, wenn du noch gehen kannst, dann waren meine Leute verdammt nachlässig. Dann kommt dieses junge Gemüse und meint, wenn es die Pfoten hinstreckt, hat es sein Steak enttrocknet. Was würdest du sagen, wenn man aus deinem Teich die besten Forellen herauskischt? Ja, sehen Sie, Herr Pichim, ich habe ja keinen Teich. Fast! Lizenzen werden nur an Professionals vergeben. Jedermann, wenn einen von diesen das beste Handwerk auszüben, gedenkt, braucht er eine Lizenz von Jonathan, Jeremy, Herr Pichim und Co. Ja, da könnte ja jeder kommen. Eine Bräute seiner Triebe. Herr Pichim, wenige Schillinge trennen mich vom absoluten Ruin. Es muss etwas geschehen. Herr Pichim, 50 Prozent der wöchentliche Abrechnung mit Ausstattung, 70 Prozent. Worin besteht die Ausstattung? Das bestimmt die Firma. In welchem Distrikt könnte ich anfangen? 2-103, das ist sogar billiger. 50 Prozent mit Ausstattung. Bitte, Herr Pichim! Ihr Name? Charles! Hallo! Hallo! Frau Pichim! Das ist Fähig, Nummer 314, Ausstattung C. Was ist das? Das sind die fünf Grundtypen des Elends, die geeignet sind, das menschliche Herz zur Rührung. Der Anblick solcher Typen versetzt den Menschen in jenen unnatürlichen Zustand, in dem er bereit ist, Geld herzugeben. Also, Ausstattung C. Celia, du hast schon wieder getrunken und jetzt siehst du mich aus den Augen? Nummer 336 hat sich beschwert über seine Kluft. Nummer 336 hat ein nageläues Kostüm bezahlt. Wie oft soll ich dir doch sagen, dass ein Gentleman keine dreckigen Kleiderstücke auf den Leib nimmt? Nur nicht denken, alles muss ein Währer machen. Also, Ausstattung C. Zieh dich auf und zieh das an, weil der Halt ist imstande. Was geschieht mit meinen Sachen? Gehören der Firma, Ausstattung A, Mann, der bessere Tage gesehen hat. Warum kann ich das nicht machen? Weil einem niemand sein eigenes Eden glaubt, mein Sohn. Wenn du Bauchweh hast und du sagst das, dann erregt das nur widerlich. Im Übrigen hast du nichts zu fragen, sondern diese Sachen anzuziehen. Sind sie nicht ein wenig schurzig? Oh, entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie. Jetzt mach mal, ich halte dir deine Hosen nicht bis Weihnachten. Aber meine Stiefel ziehe ich nicht aus. Nein, niemals. Da verzichte ich lieber. Das ist ein Geschenk meiner armen Mutter. Red keinen Unsinn. Ich weiß, dass du dreckige Füße hast. Aber wo soll ich meine Füße auch waschen? Wo ist deine Tochter? Polly? Oben. War dieser junge Mann gestern wieder da, der immer kommt, wenn ich weg bin? Sei nicht so misstrauisch, Jonathan. Es gibt keinen feineren Gentleman. Der Herr Käpt'n hat sehr viel übrig für unsere Polly. Celia, du schmeißt mit deiner Tochter um, nicht als ob ich Millionär wäre. Sie soll wohl heiraten. Glaubst du denn, dass unser Drecks und Laden, die noch eine Woche lang geht, wird dieses Geschmeiß von Kundschaft hier nur unsere Beine zu Gesicht bekommen? Ein Bräutigam, der hält uns sofort in den Klauen. Meinst du, dass deine Tochter im Bett besser ihr Mauer hält als du? Du hast eine nette Vorstellung von deiner Tochter. Die schlechteste, die aller schlechteste, die ist eine Außensinnlichkeit. Die hat jedenfalls nichts von dir. Heiraten. Meine Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen steht sogar irgendwo in der Bibel. Heiraten, das ist überhaupt so eine Schweinerei, heiraten. Ich werde dir das Heiraten schon austreiben. Jonathan, du bist einfach ungebildet. Ungebildet? Wie heißt er? Captain. Ach, du hast dich nicht nach seinem Namen gefragt. Wir werden dich doch nicht so plump sein und nie nach seinem Geburtsschein fragen, wenn er so vornehm ist und uns beide ins Tintenfischhotel einlädt zu einem kleinen Step. Wohin? Ins Tintenfisch zu einem kleinen Step. Captain, Tintenfischhotel, tu, tu, tu. Der Herr hat meine Tochter auf mich immer nur mit Glacéhandschuhen angefasst. Glacéhandschuhen? Herr Pichem, könnte ich doch einen kleinen Tipp haben. Ich bin aber für ein System gewesen. Nicht, dass man so etwas zufälliges daherredet. Ha, ein System muss er haben. Er soll einen Idioten machen. Ja, das kann er. Vielen Dank, Herr Pichem. Tausend Dank. So, und jetzt will ich dir auch sagen, wie dieser Herr mit den Handschuhen ist. Mäcki Messer. Mäcki Messer. Yeses, yeses, yeses. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Da muss man ja sofort. Polly, Polly. Was ist mit Polly? Polly ist gestern nicht nach Hause gekommen. Das Bett ist unberührt. Anstatt das, anstatt das, Sie zu Hause bleiben und Sie fahren im Bett. Und auf und siehst das. Und auf und siehst das. Gerade, als ob man Ihnen einen extra Wurzel geplanten wird. Das ist der Hund über so hoch. Das ist der verdammte Frist und mein Arzt schlag im Text. Das ist das, wenn du hin gehst, die ich auch vorhin dann nügt. Wenn die Liebe anhebt und der Mut noch wächst. Anstatt das, anstatt das, Sie was täten, was den Sinn hat und den Zweck. Machen Sie Spaß, machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Und auf und siehst das, wenn du hin gehst, die ich auch vorhin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mut noch wächst. Um der zusätzlichen Verärmung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann Pietschen einen Laden eröffnet, in dem die Wählenden jedes Aussehen erhielten, das zu den immer verstorbenen Herzen sprach. Hallo? Hände hoch, wenn jemand da ist. Hände hoch, wenn jemand da ist. Und, ist jemand da? Kein Mensch. Hier können wir ruhig unsere Hochzeit feiern. Oh, nein! Oh! Tada! Aber das ist doch... Setz dich, Polly! Oh, Mensch! Hier findet heute meine Hochzeit mit Polly Peach im Stadt, die mir aus Liebe gefolgt ist, um ein weiteres Leben mit mir zu teilen. Viele Leute werden sagen, dass das das Mutigste ist, was du bis heute unternommen hast. Dass du Pitchums einzigstes Kind aus seinem Haus gelockt hast. Wer ist Pitche? Er selber wird sagen, dass er der ärmste Mann sei. Aber, Meg, hier kannst du doch nicht unsere Hochzeit feiern wollen. Das ist doch... Hier kannst du den Pfarrer nicht herbitten. Wir sollten wirklich nicht mit einem Einbruch unser neues Leben beginnen. Meg, das ist doch der schönste Tag unseres Lebens. Liebes Kind, es wird alles geschehen, wie du es wünschst. Wo sollst dein Fuß nicht an einen Stein stützen? Die Einrichtung wird gebracht. Die Einrichtung wird gebracht! Die Einrichtung wird gebracht! Die Einrichtung wird gebracht! Mac, was sind das für Möbel? Wie gefallen dir die Möbel, Polly? Die vielen armen Leute wegen der paar Möbel. Und was für Möbel. Schund! Du hast ganz recht, wenn du dich ärgerst. Das ist unverzeihlich. Wo ist überhaupt ein Tisch? Ein Tisch? Ey Mac, ich bin ganz unglücklich. Hoffentlich kommt wenigstens der Pfarrer nicht. Natürlich, wir haben ihn in dem Weg ganz genau beschrieben. Meine Frau ist außer sich. Wo sind die Stühle? Zwei Stühle? Nur nicht denken, wenn ich schon mal Hochzeit feiere, wie oft kommt das schon vor? Ich bin ein Tisch. Halt die Fresse, Trauerweide! Wie oft kommt das schon vor, sage ich, dass ich euch schon was überlasse. Dann macht ihr meine Frau von Anfang an unglücklich. Liebe Polly. Liebe Polly? Ich werde dir deinen Kopf in den Darm hauen mit Liebe Polly, du Dreckspritzer. Hat man sowas schon gehört, ne? Liebe Polly. Hast du mit ihr etwa geschlafen? Mac! Also ich schwöre! Na ja, wenn einige Stücke fehlen sollten, dann wollen wir noch ein... Zwei Stühle! Was sagst du dazu als Braut? Also das ist wirklich nicht das Schlimmste. Zwei Stühle und ein Sofa! Mac! Zwei Stühle und ein Zeiger wurde letzten Mittwoch Mann und Frau. Hoch sollen sie leben! Hoch! 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 Als sie drin standen vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautleid stammt. Aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Hoch! Gestatten Sie, Käpt'n, dass wir Ihnen am schönsten Tag Ihres Lebens in der Mainblüt ihrer Laufbahn, wollte sagen, Wendepunkt, die herzlichsten und dringlichsten Glückwünsche darbringen. Und so weiter ist ja wirklich ekelhaft, dieser gespreizte Ton. Also kurz und gut, Kopf hoch, altes Haus. Ich danke dir. Das war nett von dir, Matthias. Ja, das sind Herzenssöhne. Was, alte Schaluppe? Also Kopf nicht hängen lassen, ne? Ups. Das heißt, was den Kopf betrifft, den darf er nicht hängen lassen. Halt die Schnauze! Deine Zoten kannst du bei deiner Kitty absetzen, da hast du die richtige Schlampe dafür. Ne, sei nicht so ordinär. Also dann musst du doch mal protestieren, lass du Kitty eine alte Schlampe. So, dann musst du protestieren! Und überhaupt, Zoten nehme ich dir gegenüber niemals in meinen Maul. Dazu achte ich Kitty viel zu hoch, was du vielleicht gar nicht verstehst, so wie du gebaut bist. Du hast gerade nötig, von Zoten zu reden. Meinst du, Lucy hat mir nicht gesagt, was du ihr gesagt hast? Da bin ich überhaupt ein Glacé-Handschuh dagegen. Komm, komm, das ist doch Hochzeit! Schöne Hochzeit, was, Polly? Diese Dreckhaufen musst du dann nicht sehen am Tage deiner Herschließung. Ich find's ganz höchst. Eine Meinungsverschiedenheit kann doch überall mal vorkommen. Deine Kitty ist ebenso gut wie die andere. Aber jetzt rück mal mit deinem Hochzeitscheck raus, alte Münze! Ah, ein Hochzeitsgeschenk! Da! Oh, das ist aber nett von Ihnen, Münz-Matthias! Schau doch mal, Meg, was für ein schönes Nachthemd! Vielleicht auch so eine Zote, was? Ja, schon gut! Oh! Glückwunsch! Ich bin ganz glücklich! Ihre Aufmerksamkeiten sind so fantastisch! Schade, dass wir keine Wohnung dafür haben, nicht? Na, betrachte es als Anfang. Aller Anfang ist schwer. Sehr schwer, sehr schwer! Die ist ungeheuer schwer! Wie ist Ihr Ausbruchs hier heute früh, vier Uhr? Naja, ich dachte, ich kann doch an diesem Tage nicht, ohne irgendeine Kleinigkeit. Was Kleineres hab ich nicht gefunden. Aber Glückwunsch! Danke auch bestens, Walter. Gerne stehen. Ich hab natürlich wieder nichts mitgebracht. Sie können mir glauben, junge Frau, dass mir das wirklich sehr unangenehm ist. Aber das hat doch ein gar nichts zu sagen, Herr Hakenfinger-Jakob. Die Jungen schmeißen so mit Geschenken um es und ich stehe so da. Aber so geht es mir ja immer. Sie müssen sich da mal in meine Lage versetzen. Ich kann die in der Lage auch erzählen. Da trafst du doch neulich die Schmelunken-Jenny. Na, sag ich, alte Sau! Das ist das beste Essen, das du an diesem Tage kosten wirst, Pauli. Darf ich bitten? Kann ich da noch mal was singen? Was ergötzlich ist? Was ergötzlich ist? Das ist ein prima Wort. Ich wollte eigentlich noch nicht mit dem Essen anfangen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn das irgendetwas Stimmungsvolles vorgegangen wäre. Bei anderen Leuten findet an solchen Tagen wie dem heutigen doch auch etwas statt. Was denn zum Beispiel? Das soll ich alles selber ausdenken? Ich verlange ja keine Oper hier, aber irgendwas, was nicht bloß in Fressen und Vorpreisen besteht. Ich hätte hier schließlich auch was vorbereiten können. Naja. An solchen Tage zeigt sich eben, wie man auf seine Freunde zählen kann. Das ist wunderbar, Mac. Das gibt's bei Mackey Messer alle Tage. Da haben sie sich richtig in den Honigtopf gesetzt. Ich hab immer gesagt, der Mac, der Mac ist mal ne Partie für Mädchen, die Sinn für Höheres hat. Das hab ich noch gestern zu Lucy gesagt. Lucy? Wer ist Lucy, Mac? Lucy? Das dürfen Sie gar nicht so ernst nehmen. Fehlt Ihnen etwas? Vielleicht Salz? Was wollten Sie sagen, Jakob? Äh, nichts. Gar nichts. Ich wollte wirklich hauptsächlich gar nichts sagen. Die Wurde werden mir doch wohl nicht mein Maul verbrennen. Gott, es ist doch wirklich eine Sau, der sowas macht. Verstehst du mich, Jakob? Kannst du was lernen? Also. Ihr wollt kein Lied singen. Nichts, was den Tag verschillt. Soll wieder so ein trauriger, beschissener, verdammter Dreckskack sein, wie immer. Steht überhaupt einer vor der Tür? Das soll ich wohl auch selber erledigen. Soll ich mich an diesem Tage selber vor die Tür stellen, damit ihr euch hier auf meine Kosten vollstopfen könnt? Was soll das heißen, meine Kosten? Ich geh ja schon raus. Ihr sollt denn hierher schon kommen. Das wär ruhig, wenn an einem solchen Tag die ganzen Hochzeitsgäste aufs gingen. Kapitalspaß, werlernt. Mir ist der Kapitalspaß genug. Hallo, Käpt'n. Volente. Tiger Brown. Unsinn. Das ist Hochwürden Kimball. Na, da hab ich euch ja doch noch getrunken. Guten Tag, Hochwürden. Ich bin ganz glücklich, dass Hochwürden am schönsten Tag unseres Lebens... ...bitte ich mir einen Kantus für Hochwürden aus. Ich rede erst mit Bill Long und Mary Sire. Bill Long, das wäre vielleicht wirklich passend. Ja, das wäre schön, wenn ihr einen steigen liebt. Ja, das wäre schön. 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 Aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Hoch! Wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie Ihr lustiges Leben sein. Nein! Hoch! 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 Wie die Augen sacken deutlich mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr. Das Schwein! Hoch! Ist das alles? Kerklich! Kerklich? Ja, genau, meine Herren. Kerklich! Halt die Fresse! Ich meine nur, kein Schwung und kein Feuer und so was. Meine Herren, wenn keiner etwas vortragen will, dann will ich selber eine Kleinigkeit zum Besten geben. Und zwar werde ich ein Mädchen nachmachen, das ich einmal in einer dieser kleinen vier Pennykneipen gesehen habe. Es war das Abwaschmädchen. Und Sie müssen wissen, dass alles über sie lacht. Und dass sie dann die Gäste ansprach und dann solche Sachen zu ihnen sagte, die ich sie Ihnen gleich vorsingen werde. So, das ist die kleine Theke. Sie müssen sie sich verdammt schmutzig vorstellen. Hinter der stand sie morgens und abends. Wo sie saßen, da saßen die Herren, die über sie lachten. Sie können auch lachen, dass es genau so ist. Aber wenn sie nicht können, dann brauchen sie es nicht. Und jetzt sagt zum Beispiel einer von ihnen Sie, Na, wann kommt denn dein Schiff, Jenny? Na, wann kommt denn dein Schiff, Jenny? Und ein anderer sagt sie zum Beispiel, Wer stöhnt mal noch die Gläser? Du, Jenny, die Seeräuber-Braut. Wer stöhnt mal noch die Gläser? Du, Jenny, die Seeräuber-Braut. So, und jetzt fange ich an. Meine Herren, heut sehen sie mich Gläser abwaschen und ich warte das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lupe und die stumpfige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei seit am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird nicht lächeln, sieh mal bei den Gäsen. Und man sagt dann fast lächelt wieder bei. Und ein Schiff mit acht Siegeln und mit fünfzig Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, geh, wir schneiden hell, sei mein Kind. Und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und der Step wird gemacht. Es wird keiner mehr drin kommen denn in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Aber eines Abends wird ein Getöst einer Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Getöst? Und man hört mich schießen in der Plätze. Und man sagt, was lächelt die Suche aus? Und das Schiff mit acht Siegeln und mit fünfzig Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen hunderten Mittag am Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen in Plätzen und ringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten. Und fragen, welchen sollen wir töten. Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen und dann fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen, nur wenn alle Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich Hoppla! Und das Schiff mit acht Siegel und mit fünfzig Kanonen wird entschwindend mit dir. Sehr nett! Sehr nett! Ulkig, was, wie die das so hinlegt, die gnädige Frau? Nett! Nett! Das war doch nicht nett, du Idiot! Das war doch Kunst! Und nicht nett! Das hast du großartig gemacht, Olli! Aber vor solchen Dreckhaufen Entschuldigen Sie, hochhören, hat das ja gar keinen Zweck. Übrigens, ich mach das gar nicht bei dir, diese Verstellerei. Lass das gefälligst in Zukunft. Hallo, Käpt'n! Polente! Der Sheriff selber! Oh! Brown! Tiger Brown! Ja, Tiger Brown! Ganz recht! Oberster Sheriff! Der jetzt hier gleich rein spazieren wird in Käpt'n Mackies armselige Hütte. Könnt ihr was lernen? Ja, das ist dann eben der Galgen! Hallo, Jack! Hallo, Mack! Mack, ich hab' keine Zeit. Ich muss gleich wieder gehen. Was? Muss das denn sein? Es ist doch wieder ein Kuchen weg! Hann! Heheu! Oh! Oh, Jacky! Freue mich, dass du Willkommen bist, deines alten Mecks Hochzeitsfeier mitzumachen. Stelle ich dir gleich meine Braut vor. Polly, das ist Tiger Brown. Was hat der Junge? Und das sind alles meine Freunde. Naja, die wirst du alle schon mal gesehen haben. Meck, ich bin doch privat hier, Meck. Sie auch, sie auch. Freue mich, die Bekanntschaft der neuen Gattin meines alten Freundes, Meck. So machen. Legen wir mal hinein in den Whisky. Meine Polly, meine Herren, Sie sehen heute in Ihrer Mitte einen Mann, der hoch über seine Mitmenschen gesetzt und doch mein Freund geblieben ist in allen Stürmen und Fairnessen und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wen ich meine. Du weißt auch, wen ich meine, Brown. Ach, Jackie. Weißt du noch, wie wir, du als Soldat und ich als Soldat. Jackie, sing mir das Kanonlied. Ach, nee, Meck. Nee, nee. Das Kanonlied. Das Kanonlied. John war da runter und Jim war dabei. Und George ist das Land geworden. Doch die Armee, sie fragt keinen, wer sei. Und marschiert er hinauf nach dem Norden. Soldatenboden auf den Kanonen. Von Kamm bis Kallspiel. Wenn es mal regnet, und es begegnet, in eine neue Rasse, in braun oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus für Wisschen. Ha, 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 ha. Schon nie war der Whisky zu wach und Timmy hatte nur genug Decken. Aber George nahm beide mal nach und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldat im Brunnen auf den Kanonen. Von Kamm bis Kallspiel an. Wenn es mal regnete, und es begegnete, in eine neue Rasse, in braun oder blasse, dann machen sie vielleicht darauf, ihr Wisschen. Ha, ha, ha. John ist gestorben und Jimmy ist blut. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch hoch. Für die Abwehr wird jetzt wieder gebrauchen. Soldatenboden auf den Kanonen. Von Kamm bis Kallspiel an. Wenn es mal regnete, und es begegnete, in eine neue Rasse, in braun oder blasse, dann machen sie vielleicht darauf, ihr Wisschen. Ha, 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 ha. Obwohl das Leben uns mit seinen reißenden Fluten weit auseinandergerissen hat, obwohl unsere Berufsinteressen ganz verschieden, ja, einige würden sogar sagen, geradezu entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert. Da könnt ihr was lernen. Selten hat ich, der einfache Straßenräuber, Na ja, ich wusste, wie ich das meine, einen kleinen Fisch zu getan, ohne ihm, einen Freund, einen Teil davon, einen beträchtlichen Teil, Brown als Angewinde und Beweis meiner unwandelbaren Treue zu beweisen und seltener, Das Messer aus dem Maul! Selten hat er, der allmächtige Polizeichef, eine Razzia veranstaltet, ohne vorher mir, seinem Freund, einem kleinen Fingerzeig zukommen zu lassen. Na ja, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist ja schließlich Gegenseitigkeit, nicht? Was wird dir was lernen? Ach, Jackie. Ich freue mich, dass du gekommen bist, deines alten Mix Hochzeitsfeier mitzumachen. Das ist wirklich freundlich. Du weißt doch, Heck, dass ich dir halt nichts abstatten kann. Aber ich muss los, ich hab den Kopf so voll, wenn bei der Krönung nur das Geringste passiert. Du, Jackie, weißt du, mein Schwiegervater ist ein ekelhaftes, altes Rost. Wenn er da irgendeinen Stumpf gegen mich zu machen versucht, liegt da was gegen mich vor? Da liegt nichts gegen mich vor, mein Helm. Da liegt doch alles für Regen. Bitte nach. Wollt ihr nicht aufstehen? Alles Gute. Ich muss gestehen, ich konnte gewisse Befürchtungen nicht unterdrücken, als ich hörte, Tiger Brown würde kommen. Unsinn! Wissen Sie, gnädige Frau, wir haben da so gewisse Beziehungen zu den Spitzen der Behörden. Und Mac, Mac hat da immer noch ein Eisen im Feuer, von dem unser einer gar nichts ahnt. Aber wir haben ja auch unsere kleinen Eisen im Feuer. Meine Herren, es ist halb zehn und jetzt kommt das Größte. Was ist los? Käpt'n, eine kleine Überraschung. Wir lagen und Mary, sei ja, wurden Lächeln mit Mann und Frau hoch, 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 hoch. Als sie drin standen, vor uns stand es an, wo sie herrlich war, wer ihr Wort gleich stammt. Aber sie wüssten seinen Namen nicht genau. Oh! Wissen Sie, was jemand raus sei? Nein! Lassen Sie ihr lustig sehen sein? Nein! Oh, 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 oh! Wir können wir in ein kleiner Teil von ihr, das Schweinbruch. Ich danke euch, Kameraden, ich danke euch. Und jetzt der unauffällige Abbruch. Oh, 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 oh. So, ich seh die Liebe, fühlst du mein Herz schlagen geliebter? Ich fühl es, Willi. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt es dein Schiffstück vom Stamm des Sand. Und deine Römer noch niemals hat. Und weißt du auch nicht, woher dein Brauchlein stand? Und ist deine Mürde im Rohr? Der Teller, von welchem du lüftest, dein Rohr, schau ich dann an, wir fiel vor. Die Lüge, oder ja, oder nicht, und die Lüge, oder jeden Haus. Die Lüge, oder nicht, die Lüge, oder nicht, die Lüge, oder nicht. Dann torn die Römer recharte. Da ist die Eine, ich habe mich nicht, die Lüge, oder nicht, wie das. Und das ist die examine. Oh, ich hab das auch gemacht das, von mir immer mal's mitten Zeit, dass das Wohlf Seven��� aber am Herrn nicht da alguien nicht genug, Musik Für Piechen, der die Erde der Welt kennt, bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie vollkommener Bubi. Musik Geheiratet! Erst behält man sie hinten und vorne mit Kleidern und Hüten und Handschuhen und Sonnenschirmen und wenn sie so viel gekostet hat wie ein Segelschiff, dann hörst du dich selber aus dem Mist wie eine faule Gurke. Hast du wirklich geheiratet? Musik Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räubern der Kies an. Musik 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 und ich lieb' mich allgemein. Ach, es steht da rein und es war das Bola Bola losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss ich mich doch einfach hinbringen, ja, da muss ich mich doch einfach sein. Ach, da muss ich so viel geschehen, ja, da war's überhaupt kein Freund. So, eine Verbrecherschlampe ist sie geworden. Na, das ist schön, das ist angenehm. Wenn du schon so unmoralisch bist überhaupt zu heiraten, musste es ausgerechnet, das wird dir noch teuer zu stehen kommen. Ja, ich hätt' es ja kommen sehen müssen. Also, sie hat wirklich geheiratet? Ja, gestern Abend um 5 Uhr. Einen notorischen Verbrecher. Wenn ich jetzt mir recht überlege, ist das eine Frechheit von diesen Menschen, wenn ich meine Tochter... Na, mach rauf, Gattuso. Hopp. Hopp, Gattuso. Hopp. Mach rauf. Hopp. 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 Mach salto, Gattuso, mach salto. Hopp. Hopp. Mach Endstand, Gattuso, mach Endstand. Frankreich. Hopp. 1, 2, 3, Italien. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Wenn ich, meine Tochter, die die letzte Hilfsquelle meines Alters ist, Hilfsquelle? Hilfsquelle? Wegschenke, dann stürzt mein Haus ein und mein letzter Hund läuft weg. Letzter Hund? Ich würde mich nicht getrauen, das Schwarz unter dem Nagel wegzuschenken, ohne den direkten Hungertod herauszufordern. Hungertod? Ja, wenn wir alle drei mit einem Scheit Holz durch den Winter kämen, dann würden wir vielleicht das nächste Jahr noch sehen, vielleicht. Nein, ja, was denkst du dir eigentlich? Das ist der Lohn für alles, Jonathan. Ich werde verrückt. In meinem Kopf schwimmt alles. Ich kann mich nicht mehr halten. Ein Glas for the Almedoc. Doch, eine Verbrecherschlampe ist sie geworden. Na, das ist schön, das ist angenehm. Interessant, wie sich die arme Frau das zu Herzen nimmt. Dass der letzte Troste deiner Armutter noch bleibt. Dann gib mir ruhig zwei Glas, sie verträgt das Doppelte. Das bringt sie wieder auf die Beine. Jetzt zeigt sie wieder diese falsche Anteilnahme der Fürsorge. Ich muss mich ganz energisch beschweren, indem das ein Saustall ist, in dem das gar kein richtiger Stumpf ist, sondern eine Stüpperei. Was willst du? Warum verdiene ich nicht ebenso viel wie die anderen? Da kann ich mir ja gleich mein richtiges Bein abhacken, bevor ich mit so einem Mist fiebe. Ja, was wollt ihr denn eigentlich? Was kann ich dafür, dass die Leute ein Herz haben wie Kieselstein? Ich mache aus jedem Mann in fünf Minuten ein so bemitleidenswertes Brack, dass ein Hund weinen würde, wenn er ihn sieht. Was kann ich dafür, dass ein Mensch nicht weint? Zwischen das Schüttern auf die Nervenzahl ist ein Unterschied, mein Lieber. So kann ich das Engagemonik verlängern. Papa! Papa! Schau ihn dir an. Ist er etwa schön? Nein. Aber er hat sein Auskommen. Er bietet mir eine Existenz. Er ist ein ausgezeichneter Einbrecher, dabei ein weitschauender, erfahrener Straßenräuber. Ich könnte dir die Zahlen nennen, wie viel seine Einkünfte heute schon betragen. Einige glückliche Unternehmungen, Papa, und wir können uns auf ein kleines Landhaus zurückziehen. Also, das ist alles ganz einfach. Du bist verheiratet. Was macht man, wenn man verheiratet ist? Nur nicht denken. Man lässt sich scheiden. War das so schwierig herauszubringen? Ich weiß nicht, was du meinst. Scheidung! Aber ich liebe ihn doch. Wie kann ich da an Scheidung denken? Sag mal, scheinierst du dich gar nicht? Mutter, wenn du je geliebt hast. Geliebt! Diese verdammten Bücher, die du gelesen hast, die haben dir an den Kopf verdreht. Polly, das machen doch alle so. Dann mache ich eben eine Ausnahme. Dann werde ich dir deinen Hintern versohlen, du Ausnahme. Ja, das machen alle bitte. Aber das hilft nichts, weil die Liebe größer ist, als wenn der Hintern versohlt wird. Polly! Schlag dem Fass nicht den Boden auf. Meine Liebe, lass ich mir nicht rauben. Noch ein Wort und du kriegst eine ohrfeige Mama. Die Liebe ist aber doch das höchste auf der Welt. Dieser Karte hat ja überhaupt mehrere Weiber. Wenn der mal gehängt wird, meldet sich wirklich ein halbes Dutzend Weibsbilder als Witwin und jede womöglich noch mit einem Balk auf dem Arm. Gehängt? Du kommst auf gehängt. Das ist eine gute Idee. Polly, geh mal kurz raus. Ich hab's. Das gibt 40. Ich verstehe dich. Beim Scherkes anzeigen... Selbstverständlich. Außerdem wird er uns dann umsonst gehängt. Das sind zwei Fliegen auf einen Schlag. Wir müssen nur wissen, wo überhaupt steckt. Ich werde dir genau sagen, mein Lieber. Bei seinen Männchen steckt er. Aber die werden ihn noch nicht angeben. Das lass mich nur machen. Geld regiert die Welt. Ich gehe sofort und spreche mit den Männchen. Wenn dieser Haar von jetzt ab in zwei Stunden sich auch nur mit einer einzigen trifft, ist er geliefert. Liebe Mama, den Weg kannst du dir ersparen. Ehe Matt mit einer solchen Dame zusammentrifft, geht er lieber selber in die Kerker. Aber selbst wenn er ginge, würde ihm der Sheriff einen Cocktail anbieten und bei einer Zigarre mit ihm über ein gewisses Geschäft in dieser Straße plaudern, wo auch nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Denn, lieber Papa, ich glaube, dieser Sheriff war sehr lustig auf meiner Hochzeit. Wie heißt der Sheriff? Brown! Aber du wirst ihn wahrscheinlich nur da Tiger Brown kennen. Denn alle, die uns fürchten, ja nie Tiger Brown. Aber mein Mann, siehst du, mein Mann sagt Jackie zu ihm. Für ihn ist er einfach sein Lieber, Jackie. Sie sind Jugendfreunde? So, das sind Freunde, der Sheriff und der oberste Verbrecher. Na, das sind wohl die einzigen Freunde in dieser Stadt. So oft sie einen Cocktail zusammentranken, reichelten sie einander die Wangen und sagten, wenn du noch einen kippst, dann will ich auch noch einen kippen. Und so oft einer von ihnen hinausging, wurden dem anderen die Augen feucht. Und er sagte, wenn du wohin gehst, dann will ich auch wohin gehen. Gegenweg liegt gar nichts vor. Von Dienstagabend bis Donnerstagfrüh hat Herr Merkies meine Tochter vor den Kitschum unter dem Vorwand der Verehelichen aus dem elterlichen Hause gelockt. Noch eh die Woche rum ist, wird er dafür den Galgen gebracht, den er verdient hat. Ach, Jonathan, das wird dir nicht gelingen, denn es handelt sich um Mackie Messer, den man den größten Verbrecher nennt. Der nimmt, was er will. Wer ist Mackie Messer? Mach dich fertig, wir gehen zum Sheriff. Und du, du gehst. Zu seinen Huren. Denn die Gemeinheit der Welt ist groß und man muss sich die Beine ablaufen, damit sie einem nicht gestohlen werden. Ich, lieber Papa, werde Herrn Brown sehr gerne wieder die Hand schütteln. Erstes Drei-Broschen-Finale über die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse. Beim Verschwerden ist es wie einmal ein Mensch, das zum Leben ein Mensch zu geben, ist das ein Zuhusier, ist das ein Zuhusier. Das Recht des Menschen ist's auf dieser Erde, da er doch nur kurz lieb, glücklich zu sein. Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen, Brot zu kriegen und nicht ein Stein. Dies ist es, menschenaktes Recht auf die Erde. Doch leider hat man bisher nie verloren, das ist das Recht der Untermaß auf der Erde. Wer hätte nicht allein mal recht bekommen, doch die Krankheit ist es, sie sind nicht so. Wie wenn wir dich zu dir tun, weil es möchte ich dir geben, dass du etwas aus dem Leben, weil man das noch gar nicht tut, ein guter Mensch seit Jahren erst nicht gern, sein gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern, wer säße nicht sehr gern in seinem Licht, ein guter Mensch seit Jahren erst nicht gern. Oblange sind auf diesen Sternen eben, die Mitte kacklich und die Menschen wohnen, wer möchte nicht in Frieden weiter leben, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. So haben wir ihnen leider recht, die Welt ist abgerächtig, ja, natürlich hab ich leider recht, die Welt ist abgerächtig, denn wir wollen auf der Erde nicht ein Parodienst, doch die Verhältnisse bestatten sie es. Neun, sie, ich glaubt es eben nicht. Ja, das ist wenig schade, das ist das werlich Volk. Die Welt ist ab und zerrennt sich schlecht, doch der Eben ist leider recht. Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist ab und zu schlecht. Wir wären gut, anstatt zu roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt zu roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Und ist Leben nicht so wichtig, und ist, dass Leben alles gibt. Dann hab ich Leben leider recht, die Welt ist alle mit sich schlecht. Dann hab ich Leben nicht so wichtig, und ist das Leben nicht so wichtig. Und da hab ich Leben nicht so wichtig, und da hab ich Leben nicht so wichtig. Donnerstag Nachmittag, Maggie Messer nimmt Aschid von seiner Frau, um vor seinem Schwiegervater zu fliehen. Mac! 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 Was ist los? Erschreck nicht. Siehst du aus, Franny? Ich bin bei Brown gewesen und mein Vater ist auch dort gewesen und sie haben ausgemacht, dass sie nicht fassen wollen. Mein Vater hat mit etwas Furchtbarem gedroht und Brown hat zu dir gehalten. Aber dann ist er zusammengebrochen und jetzt meint er auf, du solltest Franny für einige Zeit unsichtbar werden. Du musst sofort packen. Ach, was packen? Komm her, Polly, ich will jetzt was ganz anderes mit dir machen als packen. Nein! 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 Das dürfen wir jetzt nicht. Ich bin so erschrocken. Es war immer fast vom Hängen die Rede. Polly, ich mag das nicht, wenn du launisch bist. Mir liegt gar nichts vor. Ja, gestern vielleicht nicht, aber heute liegt plötzlich ungeheuer viel vor. Du hast, ich habe die Anklageakten mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Es ist eine Liste, die überhaupt nicht aufhört. Du hast zwei Kaufleute umgebracht, über 30 Eingrüche, 23 Straßenüberfälle, vorsätzliche Morde, Fälschungen, mein Eide und alles in eineinhalb Jahren. Ja? Ne, du bist ein schrecklicher Mensch. Und du hast zwei minderjährige Schwestern verführt? Hier sagten sie, sie seien über 20. Was sagte Brown? Er fasste mich noch im Flur und sagte, jetzt könne er nichts mehr für dich machen. Oh, Mac. Also gut, wenn ich weg muss, dann musst du die Leitung des Geschäfts vernehmen. Nein, 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 nein. Rede doch jetzt nicht von Geschäften. Nein, ich kann es nicht hören. Hörst deine Arme, Pauli, doch noch einmal. Und frage ihr, dass du sie nie, 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 nie. Das sind die Bücher. Hör gut zu. Da ist die Liste des Personals. Du machst alles genau wie bisher. Stehst um sieben Uhr auf, wäscht dich, badest einmal und so weiter. Du hast ganz recht. Ich muss die Zähne zusammenbeißen und auf unser Geschäft aufkassen. Was dein ist, ist jetzt auch mein. Nicht wahr, Mackey? Sag mal, wie ist denn das mit deinen Zimmern? Soll ich die nicht aufgeben? Um die Miete ist es mir direkt leid. Nee, die brauche ich noch. Aber wozu? Das kostet doch nur unser Geld. Du scheinst zu meinen, ich komme überhaupt nicht mehr zurück. Wieso denn? Dann kannst du doch wieder mieten. Mac, oh Mac, ich kann nicht mehr. Ich sehe immer deinen Mund an und dann höre ich nicht mehr, was du sagst. Mac, wirst du mir auch treu sein? Selbstverständlich werde ich dir treu sein. Ich werde doch nicht gleich das mit Gleichem vergelten. Meinst du etwa, ich liebe dich nicht? Ich sehe nur weiter als du. Du bist so gut zu mir, Mac. Du sorgst für mich und die anderen sind hinter dir her wie die Bluthunde. Den Reingewinn schickst du weiterhin an das Bankhaus. Unter uns gesagt, es ist eine Frage von Wochen, bis ich ganz in das Bankgeschäft übergehe. Es ist sowohl sicherer als auch einträglicher. In zwei Wochen muss das Geld herausgenommen sein aus dem Geschäft. Dann gehst du zu Brown und übergibst der Polizei die Liste des Personals. In höchstens vier Wochen ist der ganze Abschaum der Menschheit in den Kalkern verschwunden. Aber Mac, kannst du ihnen denn noch in die Augen schauen, wenn du sie durchgestrichen hast und sie so gut wie gehängt sind? Kannst du ihnen dann noch die Hand drücken? Wem? Segelrobert? Münz Matthias? Rakenfinger, Jakob? Meine Herren, ich freue mich, sie zu sehen. Guten Tag, meine Herren. Käpt'n, ich habe die Liste mit den Krönungsfeierlichkeiten jetzt erhalten. Ich darf euch sagen, wir haben Tage schwerste Arbeit vor uns. Sie müssen sofort los. Ja, ihr müsst sofort weg. Was heißt ihr? Ja, was mich betrifft, so bin ich leider gezwungen, eine kleine Reise anzutreten. Um Gottes Willen, will man sie hops nehmen? Ist ausgerechnet, wo die Krönung bevorsteht? Käpt'n, die Krönung ohne sie ist wie... ist wie Brei ohne Löffel. Halt die Fresse! Zu diesem Zweck übergebe ich für kurze Zeit meiner Frau die Leitung des Geschäfts. Bolli? Meine Herren! Jungens, ich denke, unser Käpt'n kann da ganz ruhig abreisen. Wir werden das Ding schon schmeißen. Erst klassisch, was, Jungens? Junge? Junge? Ja, ich habe ja nichts zu sagen. Aber ich weiß ja nicht, ob eine Frau in einer solchen Zeit... Das ist nicht gegen Sie gerichtet, meine Frau. Was sagst du dazu, Bolli? Du Sau, und du fällst ja gut an! Natürlich ist das nicht gegen mich gerichtet! Sonst würden diese Herren hier dir nämlich schon längst die Hosen aufgezogen und den Hitler versollt haben! Nicht wahr, meine Herren? Da ist schon was Wahres dran! Das kannst du mir glauben! Bravo! Hoch Polly! Hoch Polly! Hoch Polly! Hoch Polly! Du trinkst zu viel, Matthias. Du hast wieder durchblicken lassen, dass die Inbrandsteckung des Kinderhospitals von dir gemacht wurde. Wenn das nochmal vorkommt, bist du entlassen. Wer hat das Kinderhospital in Brand gesteckt? Ich. Wer hat das Kinderhospital in Brand gesteckt? Sie, Herr Merkies. Also, wer? Sie, Herr Merkies. Auch diese Weise kann unter einer Nähe hochkommen. Du kommst schon noch hoch! Wenn du meinst, du kannst mit mir konkurrieren. Hat man je gehört, dass ein Professor seine Irrtümer von einem Assistenten zeichnen lässt? Erzeugt mich selbst. Gnähe, liebe Frau, befehlen Sie bei uns solange Gemahl. Verreist es jeden Donnerstag, Abrechnung. Gnähe, liebe Frau. Jeden Donnerstag, Jungen! Und jetzt, adieu, mein Herz. Halte dich frisch. Und vergiss nicht, dich jeden Tag zu schminken. Genau so, als wenn ich da wäre. Das ist sehr wichtig, Polly. Und du versprichst mir, dass du keine Frau mehr ansehen willst. Und glaube mir, dass deine kleine Polly das nicht aus Eifersucht sagt, sondern das ist sehr wichtig. Aber Polly, warum sollte ich mich um solche ausgelaufenen Eimer kümmern? Ich liebe doch nur dich. Wenn die Dämmerung stark genug ist, werde ich meine Wappen aus irgendeinem Stall holen. Und noch bevor du den Mond von deinem Fenster aus siehst, bin ich schon... Und noch bevor du den Mond von deinem Fenster aus siehst. Wich. Wich. Musik 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 Ich muss mir selber das Herz aus dem Leib holen. Und ich muss fort. Niemand weiß, wann ich wiederkehre. Das hat so kurz gedauert. Hört sich denn auf? Gestern hatte ich einen Traum. Da sah ich aus dem Fenster und hörte ein Gelächter in der Gasse. Und wie ich hinaus sah, sah ich unseren Mond. Und der Mond war ganz dumm, wie ein Penny, der schon abgegriffen ist. Ich vergesse mich nicht mehr in den fremden Stimmen. Sicher vergesse ich zu dir. Ich versuche mich nicht mehr in den Fällen. Adieu, mein Freund. Adieu, mein Freund. Liebe trauert, oder trauert nicht, an dem oder jenen Ort. Und er kommt doch jetzt wieder. Jetzt zieht die Königin in dieses London ein. Wo werden wir am Tag der Krönung sein? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Huren verraten ihn. Es ist Donnerstagabend. Heute konnte er nicht. So. Ich glaub, er konnte überhaupt nicht mehr. Das wär aber schade. So. Wie ich den kenne, ist er schon über die Stadtgrenzen. Mein Kaffee. Wieso bist du nicht in... Heute ist mein Donnerstag. Ich werde mich doch von meinen Gewohnheiten nicht durch solche Lapalien abhalten lassen. Im Namen des Königs. Wird gegen den Käpt'n Mackies Anklage erhoben. Wegen dreifachem Mord. Komm ich da auch so vor? Natürlich. Das ganze Personal. Du, das ist die Anklage. Mack. Gib mal deine Hand her. Reiche Erbschaft? Ne. Reiche Erbschaft nicht. Eine weite Reise kürzen? Nein, keine weite Reise. Bitte nur das Gute, nicht das Schlechte. Ach, was? Ich sehe da ein enges Dunkeln und wenig Licht. Ein enges Dunkeln. Und dann sehe ich ein großes L. Das heißt Liste eines Weibes. Und dann... Halt, über das hänge Dunkeln und die Liste zum Beispiel möchte ich mehr wissen. Den Namen des listigen Weibes zum Beispiel. Ich sehe nur, dass er mit J angeht. Dann ist es falsch. Er geht mit P an. Ah! Mack. Wenn die Krönungsglocken läuten, dann wirst du eine schwere Zeit haben. Sag mehr! Was ist denn? Das ist doch falsch. Das waren nur drei. Hey! Hey! Ich habe mir die Brille, ja. Oh Mann. Oh! Hübsche Wäsche haben Sie da. Aber wo ist denn Jenny? Meine Damen, lange bevor mein Stern aufging über dieser Stadt, lebte ich in den dürftigsten Verhältnissen mit einer von Ihnen, meine Damen. Und wenn ich auch heute Mackie Messer bin, so werde ich auch niemals im Glück die Gefährten meiner dunklen Tage vergessen. Vor allem Jenny, die mir die Liebste war von den Mädchen. Lass mal auf. In einer Zeit, wie jetzt vergangen wir nicht, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie erlärte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, frag ich aus unserem Bett und rückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er berichte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's, mein gutes Heilbestand, in dem Bordell unser Haushalt war. So hielten wir's, mein Gott, In jener Zeit, die jetzt vergangen ist, war er mein Freund, ich war ein junges Ding. Und wenn kein Zast da war, hat er mich angehaut. Da hieß es gleich, du, ich versetz dir in deinen Ring. Ein Ring ganz gut, ja, ohne geht es auch. Da wurde ich aber zückisch, naja, weißt du, ich fragte ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber ein Sitzzahnfleisch gelockt, Da bin ich manchmal direkt drauf verkrackt. Das war so schön in diesem halben Jahr. In dem Bordell unser Haushalt war. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Na, dann können wir losgehen. Hat diese Drecksbude immer noch nur einen Ausgang? Na, 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 na. Wie geht es Ihrem Mann? Aber mein lieber Herr McKees, mein Mann sagt, die größten Helden der Weltgeschichte sind über diese kleine Schwelle gestolpert. Leider müssen Sie sich jetzt von den reizenden Damen hier verabschieden. Komm, Stabler, führen Sie den Herrn in sein neues Heil. Meine Damen, wenn Sie ihn besuchen wollen, treffen Sie ihn immer zu Hause. Der Herr wohnt von nun an im Kaka. Ich wusste es ja, dass er sich bei seinen Huren herumtreibt. Die Rechnung begleiche ich. Lieben Sie wohl, meine Damen. Du, da ist was passiert. Wo ist der Meck? Konstabler waren da. Um Gottes willen, und ich lese und lese und lese. Junge, junge, junge. Musik 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 Verraten von den Huren wird McKees durch die Liebe eines anderen Weibes aus dem Gefängnis befreit. Musik Musik Wenn ihn nur meine Leute nicht erwischen. Oh Gott! Oh mein lieber, lieber Gott! Oh mein lieber, lieber, lieber Gott! Ich wollte erdächter an seinen Jacky, aber er ist ja so, so, so leichtsinnig wie alle großen Männer. Musik Wenn sie ihn jetzt hier hereinführen und er mich ansieht mit seinen großen, treuen Freundes Augen, ich falte das nicht aus. Scheiße, du dumme Gericht! Musik Musik Dann weicht er wenigstens nicht von seinem Pfad ab. Oh Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Da bringen sie ihn! Na ihr Armleuchter! Dann sind wir ja Gott sei Dank wieder in unserer alten Villa! Hallo Jacky! Hallo Macky! Macky! Ich bin das nicht gewesen. Ich hab alles getan, was... Sieh mich nicht so an, Mack. Du weißt, ich kann das nicht aushalten. Dein... Dein Schweigen, das ist auch fürchterlich, Mack. Jetzt zieh dich deiner Kette, du Schwein! Mack, sag etwas. Sag etwas zu deinem armen Jacky. Gib ihm ein Wort mit auf seinen dunklen Pfaden. Nicht eines Wortes hat er mich für wirklich erachtet. Freier Aufseher! Die Schwersten sind wohl die Schwersten, die sie haben. Mit ihrer gütigen Erlaubnis möchte ich um ein paar komfortablere bitten. Lolli! Anladel! Aber, Captain, wir haben Sie hier in jeder Preislage. Es kommt ganz darauf an, was Sie anlegen wollen. Was kosten gar keine? 50. Hahaha! Aber das Schlimmste ist, dass jetzt die Sache mit der Lucy auffliegen wird. Wenn Brown erfährt, dass sich hinter seinem Rücken mit seiner Tochter was gemacht hat, dann verwandelt er sich in einen Tirit-Tiger. Na ja, wie man sich bettet, so schläft man. Sicherlich wartet die Schlampe schon draußen. Das wären schöne Tage werdendes zur Hinrichtung. Ihr Herrn, urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon, hörst ich's mit Beben. Nur wer im Wohnstand liebt, lebt angenehm. Da freist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte darin Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchen Kleistern. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Verdrüllgläser kostet nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht mit wem. Nur wer im Wohnstand trägt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit den kühnen Wesen und ihrer Gier die Haut zum Markt zu tragen. Die steht so kühn sind und die Wahrheit sagen. Damit die Spießer etwas Kühles lesen. Wenn man sie sieht, wie das am Abendfried mit kalter Gattenschumm zu Wette geht und hört noch jemand klatscht und nichts versteht. Und wo's muss in das Jahr sonst tausend stehen? Jetzt frag ich sie, nun noch ist das bequem. Nur wer im Wohnstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam fähre. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe. Da sag ich mir, das muss zu dir vergleichen. Armut bringt aus, aber Weisheit auch verdrossen. Und Kühnheit außer Rom auch mit dem Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weis und kühn. Jetzt passt du mit der Größe, aber Schluss. Dann löst sich ganz konkret das Glücksproblem. Nur wer im Wohnstand lebt, lebt angenehm. Luzi! Du gemeiner Schuft, du! Wie kannst du mir in die Augen sehen, nach allem, was zwischen uns gewesen ist? Immerhin. Rundzlade, danke. Allianz, über 15 Minuten. Und dann müssen wir mit dem Tag auf Zostüb. Die Türsbauee Gästchen warst. Und wir müssen mit Ihnen Ar3, Und dann für mich immer wieder damit. Und mit dem Tag auf Tartes und classic. Und dann, wie du mit der Märkte? Da würde ich Ben! Aber den Tag auf. Und ich bin mit Rundz, weil mich nicht einfach nur noch einen Gelen. Und ich bin, ich bin ärgerlich. Oh, Lucy! Lucy, hast du denn gar kein Herz, wenn du deinen Mann so vor dir siehst? Meinen Mann? Du und dir? Ach, du glaubst also, ich wisse nichts von der Geschichte mit Fräulein Piechum? Du, ich konzentriere dir Augen aus. Lucy, du bist doch nicht so törig und bist eifersüchtig auf Polly. Ach, bist du denn nicht mit ihr verheiratet? Du bist hier... Verheiratet! Puh, das ist gut, verheiratet. Ich verkehre in diesem Haus, ich rede mit ihr, ich gebe immer hin und wieder eine Art Kuss. Und jetzt rennt sie ja rum und posaunt überall aus, sie sei mit mir verheiratet. Liebe Lucy, ich bin ja bereit, alles zu deiner Beruhigung zu tun. Wenn du glaubst, du findest sie in einer Heirat mit mir. Gut. Was kann ein Gentleman mehr sagen? Er kann nicht mehr sagen. Ich will doch nur eine anständige Frau für sie. Wenn du glaubst, du findest sie wie in einer Heirat mit mir. Was kann ein Gentleman mehr sagen? Er kann nicht mehr sagen. Wo ist mein Mann? Oh, Meg! Da bist du ja! Schau doch nicht weg, Meg! Du brauchst dich nicht zu schämen vor mir, ich bin doch deine Frau. Ach, du gemeiner Schuftu! Meg! Schuftu! Oh, Meg! Im Kerker! Du hast mir gesagt, dass du nicht mehr zu den Frauen gehst. Ich habe gewusst, was sie dir antun würden, aber ich habe dir nichts gesagt, weil ich dir glaubte. Oh, Meg, ich bleibe bei dir bis in den Tod. Kein Wort, Meg, kein Blick. Denk doch, was deine kleine Polly leidet, wenn sie dich so vor sich sieht. Au! 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 die Schlampe! Was soll das heißen? Wer ist das überhaupt? Sag ihr bitte, wenigstens wer ich bin. Sag ihr bitte, dass ich deine Frau bin. Bin ich nicht deine Frau? Sieh mich mal an, bin ich nicht deine Frau. Du hinterhältiger Lump, du hast also zwei Frauen, ja, du Bestie. Sag mal, Meg, bin ich nicht deine Frau? Du hast mir doch die Platte übergeben, die Jungen's und ich habe auch alles ganz genau so gemacht, wie wir sie brauchen. Wenn du nur zwei Minuten eure Klappe halten könntest, wäre alles aufgeklärt. Nein, ich will meine Klappe aber nicht halten, weil ich kann das nicht ertragen. Jemand aus Fleisch und Blut kann sowas nicht ertragen. Ja, meine Liebe, da hat natürlich die Frau einen gewissen natürlichen Vorrang. Leider, meine Liebe, zumindest herausnehmen. Der arme Mensch muss ja ganz verrückt werden von so viel Scherereien. Scherereien? Das ist gut. Was hast du dir da ausgesucht? Dieses dreckige Früchtchen. Das ist also deine große Eroberung? Das ist also deine Schönheit von so hoch? Komm, ich möchte auch mal was Schönes sehen, denn so schön wie du wärst es doch keinen Dreckhaufen. Selber Dreckhaufen. Du sollst ja auf meinem Werkzeug einen Eindruck machen. Was ist das? Was ist das? Na, muss ich aber wirklich lachen? Wusstest du das? Oh, das wäre ja gelacht. Oh, das wäre halt so gelacht. Wenn sie weg aus dir was macht. Wenn sie weg aus dir was macht. Oh, so einer, was sagst du wie von keiner, ist das? du wirst nühen, wie wir glauben. Dann darf ich unruhig das bald und so � undergoing die auch lauch und sch Lächerlich! Lucy, beruhig dich! Das ist doch ein Trick von Polly! Ich will dich mit dir auseinanderbringen! Mich hängt an und sie möchte gerne als meine Witwe rumlaufen! Polly, das ist wirklich nicht der rechte Augenblick! Du hast das Herz, mich zu verleuchten? Und du hast das Herz, mich weiter zu beschwatzen, dass ich verheiratet bin? Warum musst du mein Elend vergrößern, Polly? Sie stellen sich doch nur selber bloß! Es ist ungeheuerlich, den Herren in seiner Lage so aufzugehen! Die einfachsten Regeln des Anstandes sollten Sie lehren, dass man einem Mann, in Gegenwart von seiner Frau, mit etwas mehr Zurückhaltung begegnet! Polly, das reicht wirklich, den Spaß zu weit betrieben! Und wenn Sie jetzt hier im Gefängnis einen Krakeel anfangen, dann sehe ich mich leider gezwungen, den Wärter rufen zu lassen, dass er... Zeit, wo die Tür ist! Es tut mir sehr leid, mir geht das, Fräulein! Frau! 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 Die Pflicht zwingt mich, bei meinem Gatten zu bleiben! Frau! Was sagst du? Was? Sagst du das? Hix! Haa! Auf! Frau! Ach, die will nicht gehen! Ach da ist sie hinausgeschnitten und will nicht gehen! Soll ich noch göttlicher werden, doch? Du, jetzt hältst du aber deinen dreckigen Mund, du Fetzen, sonst hau ich dir eins in die Fresse, genädiges Fräulein. Hinausgeschmissen bist du. Da bin ich mir doch wirklich zu gut. Allerdings. So, schaust du mal auf meinen Bauch? Schlampe, bekommt man sowas von der frischen Luft? So, hops bist du. Ja, hättest du ihn nicht raufgelassen. Nein, wirklich, das geht wirklich zu weit. Das hätte nicht kommen dürfen. Ich wusste es. Bei ihrem Kerl ist sie. Du Dreckschlampe, komm sofort her. Wenn dein Kerl aufgehängt ist, kannst du dich dazu aufhängen. Das tust du deiner ehrwürdigen Mutter an, dass sie dich aus dem Gefängnis herausholen muss. Und gleich zwei hat er dabei. Dieser Nero. Mami. Bitte lass mich da. Du weißt ja nicht. Nach Hause aber sofort. Da sehen sie es, da muss ihre Mami ihm sagen, was sie schütteln. Marsch! Ich muss aber doch noch, ich muss ihm doch noch etwas sagen. Das ist wirklich sehr wichtig, Mami. So, das ist auch wichtig. Marsch! Oh, Meg! Oh, Mami! Meg! Oh, Mami! Meg! Lucy, du hast dich großartig genommen. Ich hatte natürlich Mitleid mit ihr, deshalb konnte ich sie nicht so behandeln, wie sie es verdient. Du dachtest ja am Anfang schon, es wäre etwas Wahres an dem, was sie sagte. Hab ich recht? Ja, das dachte ich. Wenn etwas Wahres dran wäre, würde ihre Mutter mich doch nicht so behandeln. Hast du gesehen, wie sie über mich hergezogen? So behandelt man doch höchstens als Mutter ein Verführer, keinen Schwiegersohn. Ach, ich bin glücklich, wenn du dies so aus Herzensgrund sagst. Weißt du, Maggie, ich liebe dich so sehr, dass ich dich fast lieber am Galgen sehe, als in den Armen einer anderen. Ist das nicht merkwürdig? Lucy, dir möchte ich mein Leben verdanken. Das ist wunderbar, wie du das sagst. Sag das nochmal. Lucy, dir möchte ich mein Leben verdanken. Oh doch, sag das nochmal. Oh, nochmal. Hm? 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 Soll ich mit hinfliegen? Ja. Nein, weißt du, wenn wir zusammenfliehen, dann können wir uns schwer verstecken. Sobald man mit der Sucherei aufhört, werde ich dich sofort holen lassen. Und zwar bei Eilbrost, kannst du dir denken, nicht? Und wie soll ich dir helfen? Bring Hut und Stopp. Hut! Stopp! Sob человека. Du Stat. Du Stat. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo, Matt? Hallo, Matt, bitte antworte, hier ist Jackie. Matt, bitte sei so gut und antworte, hier ist Jackie. Matt, bitte antworte, ich kann das nicht mehr aushalten, hier ist Jackie. Matt, Matt! Was ist das? Matt? 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 Gott sei Dank. Mein Name ist Kitschum. Komm mir die 40 abholen, die für die Dingfestmachung des Banditen der Kies ausgesetzt sind. Aber, aber. Hallo? Hallo? Ist das Herr Merkies? Hallo? Na, was seht's, warum schweigen Sie denn so? Ach so. Ach, der andere Herr ist wohl auf den Bummel gegangen. Da komme ich da herein, einen Verbrecher zu besuchen. Und wer sitzt da? Der Brown. Tiger Brown sitzt da. Und sein Freund Merkies sitzt nicht da. Beatem! Es, 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 es ist nicht meine Schuld. Sicher nicht. Sie würden doch nicht. Wo sich da eine solche Lage bringen würden, unmöglich. Brown. Beatem! Ich bin, ich bin, ich bin außer mir. Ja, ich bin außer mir. Das glaube ich. Scheiße, ich müssen Sie sich fühlen. Es ist das Gefühl der Ohnmacht, das einen lehnt. Die Kerl machen ja, was sie wollen. Das ist schrecklich, schrecklich. Freuen Sie sich nicht ein wenig Legen? Ja. Sie schließen einfach die Augen und tun so, als sei nichts gewesen. Denken Sie sich auf eine hübsche grüne Wiese mit weißen Wölkchen darüber. Und die Hauptsache ist, dass sich all diese gräulichen Dinge da auf dem Kopf klagen. Die Gewesenen und vor allem die Tee, die noch kommen werden. Wie meinen Sie das? Boah, Sie halten sich wunderbar. Sich in Ihrer Lage würde glatt zusammenbrechen, mich ins Bett verkiechen, heißen Tee trinken und vor allem zusehen, dass mir jemand eine Hand auf die Stirne legt. Zum Teufel, ich kann da nichts dafür. Die Polizei, die kann da nichts machen. Die Polizei kann nichts machen. Sie glauben bloß nicht, dass wir Meckel wiedersehen werden. Dann ist es furchtbar ungerecht, was mit Ihnen geschehen wird. Jetzt wird man natürlich wieder sagen, die Polizei hätte ihn nicht laufen lassen dürfen. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich darf Sie darüber einen kleinen historischen Vorfall erinnern, der, obwohl er seinerzeit im Jahre 1400 von Christi großes Aufsehen erregte, heute doch weiteren Kreisen unbekannt ist. Als der ägyptische König Ramses II. gestorben war, da hat sich der Polizeihauptmann von Kairo irgendeine Kleinigkeit gegen die untersten Schichten der Bevölkerung zu schulden kommen lassen. Die Folgen waren schon damals furchtbar. Der Krönungszug der Thronfolgerin Semiramis wurde durch die allzu lebhafte Beteiligung der untersten Schichten der Bevölkerung zu einer Kette von Katastrophen. Die Historiker sind außer sich vor Entsetzen, wie furchtbar sich Semiramis ihrem Polizeihauptmann gegenüber benahm. Ja, ich erinnere mich nur dunkel, aber es war die Rede von Schlangen, die sie an seinem Bosen näherte. Wirklich? Der Herr sei mit ihm geahm. So, jetzt kann nur noch die eiserne Faust helfen. Zeit ist kein Washington Finale, denn wovon lebt der Mensch? Ihr Herr, wie ihr uns lehrt, wie man nach Leben gut sind und missetat vermeiden kann. Zuerst uns hier uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit wenn es an. Ihr, wie ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wissen, ein für alle Mal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten von großen Brotleib, sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch? Indem er ständig die Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abwürgt und dreht. Nur davon lebt der Mensch, dass er so gründlich zerstört kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herr, wie ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, und sie ist ein Mensch, dass er so gründlich ist. Und sie ist ein Mensch, dass er so gründlich ist. Und sie ist ein Mensch, dass er so gründlich ist. Und sie ist ein Mensch, dass ihr so gründlich ist. Eure Lust versteht, das Einer wisset ein für allemal, wie ihr es immer schiebt und wie ihr's immer dreht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Morai. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brot bleibt sich ihr Zeit zu schreien. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, in dem er schrecklich den Menschenkreis aus dem Anfeld ablucht und fließt, nur davon lebt der Mensch, dass er so gründlich vergesse gern, dass hier ein Mensch noch ist. Ja, Herr, ich will euch nur da nichts ein. Ja, Herr, ich will euch nur da nichts ein. Ja, Herr, ich will euch nur da nichts ein. Hallo! 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 Dieser selben Abfluss des Liedsens vom Auge, durch eine Demonstration des Elends, der absichtlich er, den Krönungszug zu stören. In dieser Stunde arbeiten in unseren elf Filialen, 1234, wie Sie an solchen Täfelchen, um der Krönung beizuwohnen. Vorwärts, vorwärts, wenn ihr nicht arbeiten wollt, könnt ihr nicht betteln. Du wirst ein Blinder sein und kannst nicht einmal ein richtiges K machen. Das soll eine Kinderanschrift sein, das ist ja ein alter Mann. Da kommt ein dupstens übernächtigter Hühlerfrau, Friedschel. Die glauben, die kriegen ihr Geld. Gnäählige Frau! Na, ihr seht ja aus wie von der Stange gefallen. Ihr kommt wohl wegen dem Geld für euren Marquise. Also ihr bekommt gar nichts, versteht ihr gar nichts? Wie dürfen wir denn das verstehen? Gnäählige Frau! Mir auf die Bude zu rücken. Mitteln in der Nacht, drei Uhr früh in ein anständiges Haus zu kommen. Ihr solltet euch lieber ausschlafen von eurem Gewerbe. Aussehen tut ihr wie Gespinelmilch. So, wir dürfen also unser kontraktliches Honorar dafür, dass wir Marquise stinkfest gemacht haben, nicht bekommen. Gnäählige Frau! Ganz richtig, einen Dreck bekommt ihr! Und keinen Judas Lohn! Und warum? Gnäählige Frau! Weil dieser Marquise wieder in alle Binde verstreut ist. Darum! Und jetzt marsch, meine Damen! Das machen Sie nicht mit uns, meine Liebe. Das möchte ich Ihnen aber mal gesagt haben. Mit uns, nicht. Fähig? Die Damen wünschen, hinausgeführt zu werden. Jo. Ich möchte Sie doch bitten, Ihre dreckige Fresse zu halten. Sonst könnte es, was Sie... Oh, ich lasse Ihnen doch hoffentlich kein Geld gegeben. Och. Marius, meine Damen, sitzt Marquise oder sitzt er nicht? Lassen Sie mich doch in Ruhe mit Ihrem Marquise. Dem können Sie nicht das Wasser reichen. Ich habe heute Nacht einen Herrn weggeblassen müssen, weil ich es in die Kiste weinte, als ich daran denken musste, dass ich diesen Gentleman an Sie verkauft habe. Ja, und meine Damen, wissen Sie, was heute Morgen geschah? Vor noch nicht? Vor noch nicht einer Stunde, ich hatte mich eben in den Schlaf geweint, da pfiff es und auf der Straße stand eben dieser Herr, um den ich geweint hatte und wünschte, dass ich ihm die Schlüssel herunterwerfe. In meinen Armen wollte er mich die Unwild vergessen machen, die ich ihm zugefügt habe. Das ist der letzte Gentleman der Stadt, meine Damen! Ja, und wenn unsere Kollegin Suki Tawdry jetzt hier nicht mitgekommen ist, dann ist es, weil er von mir auch noch zu ihr ging, um auch Sie zu trösten. Suki Tawdry. So, jetzt wissen Sie, dass Sie diesem Herrn nicht das Wasser reichen können, Sie niedriger Spitze. Bisch, Mackie, Suki Tawdry. Aber, meine Damen, warum streiten wir? Das Geld wird gezahlt werden, selbstverständlich. Sicher, meine Lieber, stehst du hier rum? Willst du, ich gehe da noch ein bisschen Kaffee kaufen? Suki Tawdry? Suki Tawdry? Vorwärts, vorwärts. Ihr würdet einfach in den Kloaken verrecken, wenn ich in meinen schlaflosen Nächten mich da rausgebracht hätte, wie man aus eurer Armut noch einen Penny herauspressen kann. Sie können morgen am Geschäft vorbeikommen und sich Ihr Geld holen, aber nach der Krönung... Darum antreten. Wir treffen uns in einer Stunde. Marsch! Das klingt Polizei. Das ist ja. Also, wenn du mich sagen hörst, harmlos, ja? Verstehst du mich? Harmlos? Harmlos? Ich verstehe gar nichts. Ja, selbstverständlich verstehst du gar nichts. Gott sei Dank, da ist ja das Schlüsselchen. Also, wenn ich sage harmlos, ja, dann spielt hier irgendeine Art von Musik, na los. So, und jetzt wird durchgegriffen, Herr Bettlers Freund. Gleich mal den Kettel legen, Smith. Smith? Ach ja, da sind ja auch die reizenden Tätselchen. Ein Opfer. Sind Sie das, ha? Morgen, braun. Guten Morgen. Gut geschlagen. Hä? Morgen, braun. Sagt er das zu mir? Kennt er einen von euch? Ich glaube nicht, dass ich das Vergnügen habe, dich zu kennen. So, nee? Guten Morgen, braun. Sehen Sie, braun. Da Sie nun mal Ihr Weg vorbeigeführt hat, ich sage, vorbein, braun. Da kann ich Sie gleich darum bitten, einen gewissen Merkies endlich in das Schloss im Riegel zu bringen. Der Mann ist verrückt. Lass Sie nicht, Smith! Wie kann es sein, dass Sie den autorischen Verbrecher hier frei herumraten? Weil Ihr Freund ist, braun. Wer? Dreckiges Messer! Ich doch nicht. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich bin doch ein armer Mensch, braun. Braun, mich können Sie doch nicht schlecht behandeln. Sie stehen doch vor der schlimmsten Stunde Ihres Lebens, braun. Möchten Sie Kaffee? Kinder, gib doch mal den Herrn Polizeichef ein Stück ab. Ist doch kein Benehm. Vertragen wir uns doch alle. Wir halten uns doch alle an das Gesetz. Das Gesetz ist einzuläulein zur Ausbeutung derer gemacht, die es nicht verstehen oder aus blanker Not nicht befolgen können. Um seinen Brocken von dieser Ausbeutung abzulich kommen muss man sich streng an das Gesetz halten. Sie halten also unsere Richter für gestechtlich an. Im Gegenteil, im Gegenteil. Unsere Richter sind gänzlich ungestechtlich. Mit keiner Gänzung in der Welt könnte es dazu gebracht werden, recht zu sprechen. Also, Antreten zur Spalierbildung. Antreten der Ärmsten der Armen, eine halbe Stunde später. Ganz recht, Friedchen. Aufmarsch der Ärmsten der Armen in einer halben Stunde. Aber jetzt gefällt es! So, und jetzt wird durchgegriffen. Alles einsammeln, was da ist. Sammelt alles ein, was ihr an Patrioten so vorfindet. Na, schon mal was von Tiger Braun gehört? Diese Nacht, Friedchen, habe ich nämlich die Lösung gefunden. Und ich darf wohl sagen, einen Freund aus Todesnot errettet. Ich räuchere einfach ihr ganzes Nestall aus und sperre alle ein. Bing, bing. Oh, ah, mh, mh, mh. Ich mach's wohl, na, ah, mh. ängen Straße und顯 baptis. Hahaha. Sie schiele mir doch anzudäufen, dass sie mir, aber sie schilf mir. Und der Königin hat diesen Tage die Bettler auf den Hals schicken wollen. Hahaha. Die sind Wettler schwer, ich hab einfach mal alle ein, ne? Kannst du was lernen, ne? Sehr schön. Nur was für Wettler. Na, diese Kribbel hier. Smith, wir nehmen die Patrioten gleich mit. Brown, ich kann Sie da von der Übereilung bewahren. Gott sei Dank, Brown, dass Sie da zu mir gekommen sind. Sehen Sie, Brown, diese paar Leute können Sie zwar verhaften, aber es ist eine verdammt ernste Angelegenheit. Ich meine, da kommen ja Tausende. Genossen, ich bitte nicht. Ich nehme jetzt die Schirme hoch. Das ist nicht so harmlos, die hier war. Schirme hoch. Das ist nicht so harmlos. Was ist das? Musik. Kennen Sie mich? Können Sie was lernen? Der arme Mensch lebt durch den Kopf. Sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuche es nur von deinem Kopf. Lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist ein Mensch wie ein Schlau genug. Niemals möchte er eben diesen Lug und Tug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch nen zweiten Plan, geht unser Beinem nicht. Denn für dieses Leben ist ein Mensch wie ein Schlau genug. Das Glück rennt hinterher. Das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist ein Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Schlau genug. Und dann machen Sie mal die Kettin wieder los. Brown, machen Sie keine Witze in Ihrer Situation. Alles, was Sie hier festnehmen können, ist ein Haufen junger Leute, die einen Maskenball veranstalten. Aber wenn die richtigen E-Dinnen kommen, da kommen ja Tausende. Aber das ist es, Sie haben die ungeheure Zahl der Armen vergessen. Wenn die da stehen, das ist doch kein festlicher Anblick. Sie sehen doch nicht gut aus, die Leute. Das wollen wir doch vermeiden. Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, die Polizei, wir müssen uns armen Leuten fertig werden. Das glauben wir selber nicht, Brown. Aber wie würde es auch sein, wenn anlässlich der Krönung 600 arme Krüppel mit Knütteln niedergehauen werden müssen? Wie schlecht Sie das aus, Brown. Ekelhaft ist das. So übel wäre es auch. Mir wird keine Schlecht, wenn ich daran denke. Haben Sie keinen Stuhl dabei? Das ist eine Drohung. Das ist Erpressung. Man kann dem Mann nichts anhaben. Man kann dem Mann im Interesse der öffentlichen Ordnung gar nichts anhaben. Das ist noch nie vorgekommen. Aber jetzt kommt es Ihnen vor. Ich will Ihnen was sagen, Brown. Der Königin gegenüber können Sie sich benehmen, wie Sie wollen. Aber den ärmsten Mann, den können Sie nicht auf die Zehen treten. Sonst haben Sie ausgebraunt, Herr Brown. Sie wollen also, dass ich Mackie-Maser verhafte. Verhafte. Aber zuerst muss man doch einen Mann haben, bevor man ihn verhaftet. Herr! Wenn Sie mir das sagen, dann kann ich nicht widersprechen. Dann werde ich Ihnen mal den Mann besorgen. Jenny, wo hältst du denn Mackies auf? Bei Suki Tawdry. So, geht nach 21 zu Suki Tawdry. Und nehmt Mackie fest! Wenn er bis 60 hängt, Brown. Oh, Mack. Es ging nicht anders. Oberorientierung des Aufmarschplanes. Neue Richtung. Die Gefängnisse. Marsch! Anhaltende Musik. Ihr seid den weisen Salomon, ihr wisst, was aus dem Wort. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles alte war. Wie groß und weiß war Salomon. Und seht, da war es noch nicht nachts, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hat er ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr seid den Küchen Cäsar da, ihr wisst, was aus dem Wort. Wir sahen es wie Gott auf einem Eintal und wurde ermordet wie er auf uns. Und zwar, als er am größten war. Die Schweden los, auch du, mein Sohn. Und seht, da war es noch nicht nachts, da sah die Welt die Folgen schon. Die Kühnheit hat er ihn so weit gebracht. Und nun seht ihr Merkis und mich, Gott weiß, was aus uns wird. So groß war unsere Leidenschaft, wo haben wir uns hinfeuert, dass man ihn jetzt zum Geigen schafft. Und seht, da war es noch nicht nachts, da sah die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft hat er uns so weit gebracht. Die Leidenschaft hat er uns so weit gebracht. Kampf um das Eigentum. Ich komme heute, um Sie um Entschuldigung zu bitten für mein gestriges Benehmen. Sehr interessant. Ich war sehr gereizt durch Herrn Merkis Benehmen. Das können Sie ihm ruhig sagen, wenn Sie ihn sehen. Ich? Ich sehe ihn gar nicht. Sie sehen ihn schon. Ich sehe ihn nicht. Der liebt nur Sie, das weiß ich ganz genau. Wir haben ihn beide zu sehr geliebt, Frau Lernpinchen. Frau Merkis. Frau Merkis. Ich habe in den letzten Stunden sehr viel über diesen Menschen nachgedacht. Als ich ihn verlassen musste, durch meine Mutter gezwungen, da zeigte er nicht die geringste Spur von Bedauern. Vielleicht hat er gar kein Herz. Ich weiß allerdings nicht, ob die Schuld allein Herrn Merkis zuzumessen ist. Sie hätten eben in Ihren Kreisen bleiben sollen, liebe Fräulein. Frau Merkis. Frau Merkis. Oder ich hätte, wie mein Papa es immer schon wollte, alles auf eine geschäftliche Basis lenken sollen. Sicher? Schließlich ist er mein einziges Eigentum. Jetzt hören Sie doch auf mit dem Blödsinn. Sie wollen doch nur spionieren. Nicht wahr? Sie wissen, wo er ist. Ich? Wissen Sie es denn nicht? Sagen Sie mir sofort, wo er ist. Ich habe keine Ahnung. Sie wissen nicht, wo er ist? Nein, wissen Sie es denn auch nicht? Nein. Willst du den Merkis? Ich schenke ihn dir. Nimm ihn dir, wenn du ihn findest. Merkis. Sie haben ihn wieder getragen. Jetzt ist alles auf. Zieh dich um, dein Mann wird gehängt. Das Witzenkreide habe ich mitgebracht. Du wirst wild schön aussehen. Nun sei aber auch ein bisschen fröhlich. Freitagmorgen, fünf Uhr. Mäcki Messer, der abermals zu Uhren gegangen ist, ist abermals von Uhren verhalten worden. Vier, los, weg! Und dann bleibt ein laides Leute, finder ihr aufs布. Dann geht es nach Ostern, in den Raum und wählst sich erstmalig. Nach Ostern feldet sind viele Züge, um die Züge und Züge so zu spät. Nach Ostern feldet hat sich hierzu. Nach Ostern feldet ein Herr Reime, die Glocken läuten schon zum ersten Mal. Stellen Sie sich anständig hin. Ich will nicht wissen, wovon Sie so einen kaputten Eindruck machen. Ich denke, Sie schämen sich. Wenn die Glocken zum dritten Mal läuten, und das wird um sechs sein, müssen wir ihn gehängt haben. Deswegen müssen wir eben Dampf dahinter setzen. Wenn wir ihn bis sechs gehängt haben, können die Leute noch bis sieben Uhr zurecht zum Krönungszug kommen. Bereitet alles vor. Hallo Smith, wie viel Uhr ist es? Haben Sie keiner? Auge im Kopf? Fünf Uhr vier. Fünf Uhr vier? Smith, ist er schon drin? Wollen Sie ihn sehen? Nein, nein. Um Gottes Willen, machen Sie das nur alleine, Smith. Also Smith, ich will gar nichts sagen. Nichts von Bestechung. Fürchten Sie nichts? Ich weiß alles. Tausend? Sagen Sie nichts. In 20 Minuten werde ich Ihnen sagen, ob Sie das heute Mittag noch haben können. Ich rede nicht von Gefühlen. Gehen Sie raus und denken, Sie schaffen hart. Das Leben ist kurz. Das Geld ist knapp. Ich weiß noch gar nicht, ob ich welches auftreibe. Aber lassen Sie herein zu mir, wer herein will. Sie reden ja Unsinn, McGee. Jetzt hört die Stimme, die um Mitleid ruft. McGee fliegt hier nicht unter'm Hagedaun. Nicht unter Buchen, nein in einer Gruft. Hierher verschluckt ich das Geschick des Zorn. Gott geht, dass wir sein letztes Wort noch hören. Die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben? Kocht euch Eier wein? Solange er aber lächst, steht ihm noch bei. Wollt ihr, dass seine Martha ewig wärt? Junge, Junge, Sie sehen ja aus wie ein ausgenommener Ehring. Ja. Seit der Käpt'n weg ist, muss ich unsere Damen schwängern. Man muss schon eine Rossnatur haben, um den Geschäft durchzuhalten. Ich muss den Käpt'n sprechen. 5.25 Uhr, ihr habt euch Zeit gelassen. Ja, schließlich muss... Schließlich, schließlich, ich werde aufgehängt. Also, wie viel könnt ihr sofort aus eurem Privatdepot ziehen? Aus unserem. Früh um fünf. Ist es jetzt wirklich soweit? 400, ginge das? Ja, und die anderen? Wir! Das ist alles, was da ist. Werdet ihr gehängt oder ich? Liegen wir bei Suki Tori, anstatt uns dünne zu machen? Liegen wir bei Suki Tori oder du? Halt die Schnauze, ich liege mal ganz woanders als bei dieser Schlampe. 5.28 Uhr. 20. Na, dann müssen wir es halt machen. Zum letzten Mal. Frau Braun lässt fragen, was sie als Mahlzeit haben wollen. Lassen wir mich in Ruhe. Also, willst du oder willst du nicht? Spargel! Anbrüllen lasse ich mich überhaupt nicht. Aber ich brüll dich doch gar nicht an! Das ist doch nur weit. Also, Matthias, wirst du mich hängen lassen? Natürlich werde ich dich nicht hängen lassen. Aber es ist eben alles. 400 ist eben alles, was da ist. Das wird man auch noch sagen dürfen. 5.30 Uhr. Na dann aber Tempo. Sonst nützt es überhaupt nichts mehr. Wenn wir nur durchkommen, ist ja alles voll. Dieses Gesindel. Wenn ihr fünf Minuten vor sechs nicht da seid, dann seht ihr mich nicht mehr. Dann seht ihr mich nicht mehr! Ach, sie sind ja schon weg. Ich seh's. Ich muss braun sprechen. Jetzt kommt und seht, wie es ihm dreckig geht. Jetzt ist er wirklich, was man pleiten hält. Wie ihr als oberste Autorität nur eure Schmiergelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleichzeitig mit den Haufen und müsstet mit ihr über ihn versprechen. Die Schweinereide sind am anderen Laufen. Ach, seine Zähne sind so lang wie rechte. Wollt ihr, dass deine Martha ewig werden? Ich darf sie aber auch nicht da reinlassen. Sie sind ja doch gar nicht dran. Sie haben erst die Nummer 16. Ich bin aber doch die Frau! Ich muss Ihnen sprechen. Fünf Minuten. Das ist doch ein Abschied für ewig. Da gibt es doch im Immenst viel zu sprechen zwischen Mann und Frau. Maggie, ich bin da. Wie geht es dir denn? Weißt du, unser Geschäft geht sehr gut. Bist du sehr nervös? Was war denn eigentlich dein Vater? Holly, kannst du mir nicht heraushelfen mit Geld? Das Geld ist schon abgegangen. Und, da hast du keins? Nein. Ich könnte die Königin vielleicht persönlich fragen. Oh, Meg. Mach's gut, Meg. Und lass es dir gut gehen. Na, haben Sie Ihre Kausen zusammen? Mäh, was will er von mir? Es ist gut, es ist gut, dass Sie mit dem Essen auch nicht gewartet haben. Da sieht er gleich, was für eine Einstellung wir gegen ihn hegen. Hallo, Meg. Soldaten wohnen auf den Kanonen verkackt. Meg, da sind die Sparge, die... Äh, die... Hm. Meg, magst du nicht ein wenig zu dir nehmen? Bemühen Sie sich nicht, Herr Braun. Es gibt andere Leute, die mir die letzte Ehre erweisen. Och, Maggie, ich... Ich bitte um die Abrechnung. Sie erlauben, dass ich währenddessen esse. Es ist schließlich mein letztes Essen. Mahlzeit. Meg, du triffst mich wie mit einem glühenden Eisen. Und meine... Die Abrechnung, Herr, bitte, die Abrechnung, keine Sentimentalitäten. Ja, ich hab sie ja mitgebracht, die Abrechnung. Hier, hier, Meg, hier ist die Abrechnung des letzten halben Jahres. Ach, Sie sind nur gekommen, um Ihr Geld hier noch herauszuholen. Aber du weißt doch ganz genau, dass ich will. Ich soll nicht zu kurz kommen, was schulde ich Ihnen. Aber bitte leg Sie spezifizierte Rechnung ab. Das Leben hat mich misstrauisch gemacht. Gerade Sie werden das am besten verstehen können. Und wenn du so mit mir sprichst, Meg... Kann ich gar nicht denken! So, das hält. Die Abrechnung, Brown. Also gut, wenn du so raus willst. Hier sind also erst mal Summen für die Ergreifung von Mördern, die du und deine Leute ermöglicht haben. Du hast von der Regierung aufbezahlt bekommen, im ganzen... Für drei Fälle A40 macht von A20 ein Viertel. Für Sie würde also 30 getragen, welche wir Ihnen also schulden. Ja, ja, ja. Aber, Meg, glaubst du nicht, dass wir in den letzten Minuten... Obmit erlassen Sie doch dieses Gemäsch, ja? 38, 38... Wieso? Ach, das waren aber mehr... Glauben Sie mir oder glauben Sie mir nicht? Sie bekommen also aus den Abrechnungen des letzten halben Jahres 38... Meg, mein ganzes Leben habe ich dir alles von den Augen abgelesen. Hier hängt McKee, der keine Laus gekränkt. Ein falscher Freund hat ihn ans Bein gekriegt. An einem klafterlangen Stricke hängt, spürt er am Hals, wie schwer sein Hintern wiegt. Wenn du so mit mir sprichst, Meg, wer meine Ehre angreift, greift... Keine Ehre! Ich darf mal in der Ehre! So, Smith, anfangen, Leute hereinlassen. Du entschuldigst mich, Meggie, ha? Jetzt kann ich Sie doch wegbringen, aber in einer Minute nicht mehr. Haben Sie das erzählt? Wenn die Jungs zurück sind... Nicht zu sehen, also erledigt! Ich bin dein Schwiegervater. Wer von den hier Anwesenden ist Herr McKees? McKee! Das Geschick, McKees, hat das Gefühl, dass Sie, ohne dass ich Sie kenne, mein Schwiegersohn sind. Der Umstand, da ich Sie zum ersten Mal sehe, ist ein sehr trauriger. Oh, Meg! Was für ein schönes Kleid du anhatst! Was sagen meine Leute? Haben Sie gute Plätze? Hast du Geld bekommen? Nee. Sehen Sie, Käpt'n, ich dachte, Sie verstehen uns. Sehen Sie, eine Krönung, das ist ja auch nicht alle Tage. Die Leute müssen verdienen, wenn sie können. Sie lassen grüßen. Herr McKees, wer hätte das gedacht, als wir damals vor einer Woche im Tintenfischhotel einen kleinen Step tanzten? Ja, einen kleinen Step. Aber die Geschicke hier nieder sind grausam. Wir sind außer uns, keiner ist zur Krönung gegangen. Alle wollen dich sehen, Mackie. Mich sehen? Na, also nur bis sechs Uhr. Wir wollen die Leute nicht warten lassen. Meine Damen und Herren, Sie sehen den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit den biederen Brecheisen an den Kassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmen verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermorsung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Mitbürger, hiermit verabschiede ich mich von euch. Einige von Ihnen sind mir sehr nahe gestanden, dass Jenny mich angegeben haben soll. Erstaunt mich sehr. Es ist ein deutlicher Beweis dafür, dass die Welt sich gleich bleibt. Das Zusammentreffen einiger unglücklicher Umstände hat mich zu Fall gebracht. Gut. Ich falle. Wir Menschen, Brüder, die ihr nach uns lebt, Lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten Und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt Ein dummes Lachen hinter euren Werten Und flucht auch nicht und sind wir auch gefallen Und bittet Gott, er möge mir verzeihen Die Mädchen, die die Brüste zeigen, um leichte Männer zu erwinnen Die Strolchen, die nach ihnen heugen, um ihren schönen Blut zu fischen Die Lumpen, um ihren treiben, um ihren treiben, um ihren treiben, um ihren treiben, die Morts, gesellen, oft in zweiben Ich bitte sie, mir zu verzeihen, nicht so wie Polizistenhunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde ließen. Meinem Munde auch sonst verursacht Mühen und Sorge. Ich könnte sie doch jetzt anbieten, doch heute bin ich zu verzeihen, um weitere Hände zu verzeihen. Bitte ich auch Sie, mir zu verzeihen, man schlage ihnen ihre Fresse mit schweren Eisenhämmern ein, im Übrigen will ich verzeihen und bitte es nicht, mir zu verzeihen. Bitte, Mackie. Polly und Lucy, steht euer Mann im Bein in seiner letzten Stunde. Meine Damen. Polly und Lucy, steht euer Mann im Bein. Verehrtes Publikum, es ist soweit und Herr Merkies wird aufgehängt. Denn in der ganzen Christenheit, da wird den Menschen nichts geschenkt. Damit ihr aber nun nicht denkt, dies wird von uns auch mitgemacht, wird Herr Merkies nicht aufgehängt, sondern wir haben uns einen anderen Schluss ausgedacht. Damit ihr wenigstens in der Oper seht, wie einmal Gnade vor Recht ergeht und ihr auch seht, dass wir es gut mit euch meinen, wird jetzt der reitende Bote des Königs erscheinen. Drittes Drei-Groschen-Finale, Auftrauchen des reitenden Bote. Holsch, 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Lebst du selbst in Leiden, der Frieden schon von Seid, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.